Eine Bombendrohung gegen einen Zug der Deutschen Bahn sorgt in Nürnberg gerade für einen Großeinsatz. Laut Polizei ging eine konkrete Drohung gegen den ICE 706 ein, der auf dem Weg von München nach Hamburg war. Der Zug wurde in Nürnberg gestoppt, alle Reisenden konnten unversehrt aussteigen. Die Waggons würden nun mit Spürhunden abgesucht. Bisher sei keine Bombe gefunden worden.